Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 19. August 2012. Heute, vor zehn Jahren, wurde dem Bischof von Limburg, Theberts van Elst, erstmals Verschwendung vorgeworfen. Ein Beitrag von Ulrich Pick. Das ist kein Renommee für den katholischen Glauben. Ja, das ist ein Schandfleck für Limburg, das Geld zu verschleudern. Überall, wo man war, kannte jeder Limburg und den guten Mann. Und darum ist das toll, dass der jetzt endlich weg ist. Knapp zwei Jahre hatte es gedauert, bis endlich wieder Ruhe in Limburg einkehren konnte. Und Rom entschied, dass Franz Peter Theberts van Elst dort nicht weiter Bischof sein dürfe. Zurückgelassen hatte der einstige Oberhirte ein Bistum mit tausenden enttäuschten und erbosten Katholiken sowie eine umgebaute Bischofsresidenz, deren immense Kosten und überzogenen Luxus er immer wieder mit Ausflüchten zu vertuschen versucht hatte. Protzbischof wurde er deshalb genannt. Ein Begriff, der 2013 bis auf Platz zwei der Liste für das Wort des Jahres kam. Angefangen hatte der Ärger am 19. August 2012. Da warf das Nachrichtenmagazin der Spiegel Bischof Theberts van Elst erstmals Verschwendung vor. Er sei erster Klasse nach Indien geflogen, hieß es, um dort soziale Projekte zu besuchen. Das Bistum wies diese Darstellung zurück und der Bischof versicherte, ein entsprechendes Interview habe es nie gegeben. Doch der Spiegel-Reporter hatte es verdeckt mitgeschnitten. Wir sind zu diesen Projekten hingeflogen und zwar so, wie es die Reisekonditionen der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind. Aber erster Klasse sind sie geflogen. Business Class sind wir geflogen. Die Hamburger Staatsanwaltschaft schaltete sich ein und ermittelte gegen den Limburger Bischof wegen des Verdachts einer eidesstattlichen Falschaussage. Gleichzeitig sorgte die Kostenentwicklung beim Umbau seiner Residenz für immer größeren Ärger im Bistum. Denn die Summe kletterte immer höher. Lag sie im Jahr 2010 bei 2,5 Millionen Euro, stieg sie bis zum August 2012 auf 5,5 Millionen, bevor sie im Juni 2013 vom Bistum mit rund 10 Millionen angegeben wurde. Unverständnis und Empörung erregten hierbei vor allem der große Luxus im Bischofshaus. Von Kunstwerken für 450.000 Euro, Kapellenfenster für 100.000 Euro und einem nachträglich eingebauten Seilzug für einen Adventskranz für 50.000 Euro war die Rede. Kein Wunder, dass sich selbst engagierte Katholiken wie Ex-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm echauffierten. Der Kölner Dom ist auch kein Sparprogramm, nur der dient dem Gottesdienst. Und die Badewanne für 15.000 Euro dient keinem Gottesdienst. Angesichts der immer schlechter werdenden Stimmung im Bistum verfassten Katholiken in Frankfurt einen offenen Brief mit 4.400 Unterschriften. Die Zukunft der Diozese sei gefährdet, hieß es. Und die Bistumsleitung müsse dringend einen anderen Weg einschlagen, wolle sie weiterhin glaubwürdig sein. Bischof Thebarz zeigte sich reumütig. Wo ich sie enttäuscht und verletzt habe, bitte ich um Verzeihung und Nachsicht. Wo Unachtsamkeiten oder Fehleinschätzungen meinerseits die Ursache dafür sind, tut mir das sehr leid. Bereits wenige Wochen später klangen diese Worte für viele Katholiken hohl. Rom hatte einen Gesandten nach Limburg geschickt, der sich ein eigenes Bild von der verfahrenen Lage im Bistum machen sollte. Und Bischof Thebarz versprach volle Aufklärung über die Kosten. Kurze Zeit darauf, am 7. Oktober 2013, veröffentlichte die Bistumsleitung dann die endgültige Summe der Umbauarbeiten. 31 Millionen Euro. Wut und Entsetzen lagen über Limburg. Zumal der für die Finanzkontrolle zuständige bischöfliche Vermögensverwaltungsrat davon sprach, hinters Licht geführt worden zu sein. Gleichzeitig kommentierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Freiburgs Erzbischof Robert Zollitsch, die Lage seines Amtsbruders mit folgenden Worten. Ich muss schon sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da weiterleben könnte. Sowohl Zollitsch als auch Thebarz reisten kurz darauf, unabhängig voneinander, zu Gesprächen nach Rom. Und wenige Tage später, am 23. Oktober, schickte der Papst den Limburger Bischof in eine klösterliche Auszeit. Kurz darauf wurde auch das Verfahren gegen Thebarz wegen eidesstattlicher Falschaussage im Zusammenhang mit seinem 1. Klasseflug nach Indien eingestellt. Er musste 20.000 Euro zahlen. Ein knappes halbes Jahr später gab dann der Vatikan bekannt, der Limburger Bischof werde nicht mehr in sein Bistum zurückkehren. Die bischöfliche Residenz wird inzwischen von Thebarz Nachfolger Georg Betzing für Sitzungen und als Büro benutzt. In den Wohnbereich ist bislang noch niemand gezogen. Er wird laut Bistum für Ausstellungen und als Lager benutzt.